Die U19 des FC Schalke 04 bekommt im Halbfinal Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft prominente Unterstützung. Bilder Galerie U19 Bundesliga Diese Stars waren im Halbfinale mit Leroy Sané, Mario Götze, Mesu Özil 29 Bilder im Revierderby gegen Borussia Dortmund U19 Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr live im TV und Stream tritt der königsblaue Nachwuchs mit Angreifer Amit Kucucu an. Kucucu mit starker Trefferquote in U19 Bundesliga Der 19-Jährige schaffte in dieser Saison den Durchbruch bei den Schalke-Profis mit insgesamt 13 Bundesliga-Einsätzen und hilft nun Schalkes U19 beim Halbfinal-Duell gegen den Revierrivalen aus. Jetzt das aktuelle Trikot von Schalke 04 bestellen. Hier geht's zum Shop, Anzeige seine Tore ausbeute in der U19 Bundesliga ist dabei durchaus imposant, so traf er in 15 Spielen 15 Mal, durchschnittlich also ein Tor pro Spiel. Kucucu hatte bereits im letzten Hauptrundenspiel der U19 in der Bundesliga West gegen Bochum, 4 zu 1, ausgeholfen und dabei einen Treffer erzielt. Let's block it's, why? Let's block it's, why?